Jo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird ein bisschen spekuliert und zwar über ein Thema, worüber ich mir schon länger Gedanken mache. Ich wusste aber nicht recht, ob ich dazu ein Video machen soll. Und zwar wird es Weintrauben im Farming Simulator 22 geben. Ich habe hier mal ein paar Argumente rausgesucht, die auf jeden Fall dafür sprechen. Die werde ich jetzt einfach mal in diesem Video abarbeiten. Und zwar, der erste Punkt wäre, vor einiger Zeit wurden neue Fruchtsorten angekündigt für den Farming Simulator 22 und eine neue Maschinenkategorie. Da ist aber noch nicht bekannt, was die beinhalten wird, beziehungsweise welche Kategorie Maschinen das ist. Dann gab es auf YouTube von Mac Manos und Chucky, aka Chris, ein Interview. Und in dem Interview ging es um alle möglichen Dinge, die den Farming Simulator 22 betreffen. Es gab jetzt auch nicht viele bahnbrechende neue Informationen. Ist ja auch schon ein Weilchen her, am 08.05. kam das Video online. Unter anderem wurde Chucky da die Frage gestellt, ob es zwischen den neuen Fruchtsorten und der neuen Maschinenkategorie eine Verbindung gibt. Und ja, da gab es nicht so eine klare Antwort. Der hat ein bisschen rumgedruckst und hat dann schlussendlich gesagt, die Fruchtart wird ein paar Leuten die Socken ausziehen. Daraus lässt sich schließen, dass doch eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Verbindung zwischen der neuen Maschinenkategorie und der Fruchtsorte oder den Fruchtsorten existiert. Darüber hinaus wird die neue Map wahrscheinlich eine französische Map sein. Das ließ sich ja erkennen an den Gebäuden im Hintergrund von dem Screenshot, den ich euch jetzt hier mal an der Stelle einblende. Und an dem französischen Kennzeichen von dem Messie-Ferguson-Traktor. Es ist halt so, in der Vergangenheit wurden öfters mal neue Maps, also hauptsächlich in DLCs, an neue Features angebunden. Zum Beispiel die Estancia Lapacho wurde im 17er an den Zuckerrohr angebunden. Das war ja ein neues Feature im Platinum-DLC. Im 19er kam jetzt die Erlengrad hinzu mit dem Feature der alpinen Landwirtschaft. Dazu lässt sich noch sagen, Frankreich ist ja ein sehr wichtiges Land für den Weintraubenanbau. Sei es jetzt Bordeaux, Champagner oder Burgunder. Und ja, vor kurzem wurde dann auch das neue System mit den Produktionen angekündigt, was ich by the way mega feiere. Also da sehe ich auch ein sehr großes Potenzial in der Modding-Szene. Und in den Weintrauben sehe ich halt ein sehr großes Potenzial für Weiterverarbeitungen. Zum Beispiel, ja, Traubensaft oder Rosinen etc. Vermutlich, oder sehr wahrscheinlich, aber eben kein Wein, weil es wurde irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wann es war, seitens Giants gesagt, dass die USK 0 halt nur erzielt werden können, wenn da so Themen wie Alkohol oder so keine Rolle spielen. Trotzdem denke ich, dass da ein hohes Weiterverarbeitungspotenzial vorhanden ist. Zudem gibt es eine große und gute Auswahl an Maschinen. Zum Beispiel stellt New Holland mit die bekanntesten Traubenvollernter her. New Holland hat damals den französischen Landtechnikhersteller Braut aufgekauft, beziehungsweise übernommen. Dann gibt es auch noch andere Hersteller wie zum Beispiel Grégoire in dieser Nische, auch französisch. Und ja, da kann man sich auch schon wieder denken, ne? Frankreich, französische Map. Besteht da irgendeine Verbindung? Wie gesagt, das ist alles nur Spekulation, aber ja. Zudem denke ich mal, dass die Weinreben, beziehungsweise Traubenreben, durchaus gut realisierbar sind, technisch. Denn anhand der Pappeln, die im Fangionator 2017 dazu kamen, haben wir gesehen, dass auch hohe Pflanzen umsetzbar sind mit dem Folie-System. Es gab ja auch bereits im 19er eine Map, die Weintrauben enthielt. Ich glaube von Black Ice Modding. Und der hat dann auch einen Traubenvollernter dafür gemoddet. Also ich denke mal, alles in allem würde das eigentlich sehr gut umsetzbar sein. Und ja, ich würde es auch tatsächlich sehr feiern. Ich habe jetzt auch noch kein Video gesehen zu diesem Thema Trauben im Fangionator 2022. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache das Video hier mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Trauben genauso feiern würdet wie ich. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, mit was Giants uns dann auch überraschen wird die nächsten Wochen und Monate. Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützt mich gern mit einem Like oder Abo oder teilt das Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!